ja ja Moin guten Tag guten Tag meiner geht's let's play together Minecraft Adventure map sind wir nahe ich auf dem Dalien Madness mit Dalien ja und dem Pädo hier Nein Mike wenn ich mich komisch anhörte liegt das wahrscheinlich daran dass ich gestern eine Zahnsprange gekriegt hab also nicht wundern ich hab keinen Platz mehr ich hab auch keinen Platz mehr aber ich kann bestimmt irgendwas wegschmeißen ich hab die Eier weg nee warte ich hab Schleimbälle die werden wir wahrscheinlich brauchen oder da hey böser Bubi jetzt haben wir in Hausruhen machen wir's tot? nein wie doch nicht ich muss dich mal kurz lauter stellen oh, ist schon voll also wirklich, das wird sich geschlagen ähm davon brauchen wir das überhaupt nichts aber ich bin doof ich mach einfach mal den Kopf auf den Lauter zauern wir's? hallo ja, jetzt hört sich wieder gut ah, sehr schön äh, ja lange her, dass wir wieder aufgenommen haben und wir wissen beide schon gar nicht mehr worum's geht ja hm hm vor allen Dingen braucht vor allen Dingen braucht es ist schwierig zu bleiben also take this yes, I do realize you'll still be alone with items but I cannot ja, wie jetzt allein du bist zu zweit ja äh, davon braucht ich will hier mal die Melone mit, oder? fürs Essen ja stimmt wir waren hier irgendwie nee ich leg mal Kerne weg Kerne brauchen wir nicht ja mach mal ich versuch irgendwie rauszukriegen was wir denn noch mal gerade machen sollen ok oh, das geht ja irgendwie jetzt geht mal runter ja ich fand raus wo ich raufgeklappelt bin und dann hab ich dich hochzählt weil ich mich recht entsinne da kann gut sein hier nimmt da 60 Euro für ein Foto ups ich hab da das Hühnchen runtergeschmessen ja egal, das hab ich eben erst noch spárt bror, wo sind wir denn nun mal hergekommen, hä? auch 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 die kommen wir glaube ich nicht hier, oder? aber hier kommen wir essen hm Junge, da sollen wir drauf rum spring ups äh äh ich hab mir natürlich nicht angefangen auch zu essen hm warte mal den Spruch in etwas schaff hm ich nicht hm hm was ist hier denn noch? ah, ich bin auch zu schlecht warte mal muss irgendwie hier hochkommen da 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 oben oh ich komm auch so ran warte vier Goldschwerter blau wo springt so da kommst du nicht ran zu blöd merk ich ach doch und dann oh Pilzsuppe äh ich hab keinen Platz mehr haha warte ich auch nicht doch warte ich hab keinen Platz frei bekomm ich nicht ne Pülze ähm oh ja aber sonst lass ich's gew- ich egal ende brauchen wir das Gras also ich mein ja nur Gras kann man irgendwo brauchen aber ich hab Gras mitgenommen zur Sicherheit ok bis jetzt haben wir nicht einmal irgendwas gebraucht von den ganzen stuff was du hier gekriegt hast bist du jetzt da irgendwie hochgerannt oder so? in der Leiter oder? ja ich hab hier was gefunden meins hier ist irgendwie ganz viel Wasser oben ich weiß sowas kannst du ja haben der da ist ach du bist da schon gerade beim beim Wasserzeug ja da unten da ist ja ne Truhe ah ich bin egal willst du die Melonen alle nicht? ich mein ja nur weil ich hab mir da nen Kettenhelm raus holt achso ich weiß nicht ob wir da vielleicht irgendwas von mitnehmen sollten hier mal runter hier geht immer noch weiter runter ich bin manchmal einfach die Ecke so oh Gott will der uns irgendwie wie für unnötig darf sollen wir denn noch kriegen? hm hm komm 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 ah ich pass nicht rein ich bin zu fett oh jetzt pass ich rein geil er hat hier einfach stumpf das Ding reingeklappt was den Änderdrachen heilt was 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 wo? ah hier kann ich ok ok hier kann man Tränke äh Tränke braun aber weil ich natürlich viel zu doof bin dass ich überhaupt nicht kann waaah ok ich komm wieder nein dann können wir auch mal hier gucken was hier so toll ist ja das ist noch ne Truhe mit unnötigem Stuff ich glaub ich mein es ist unnötig toll warum ist hier so ein Portal oder was das auch ist so ein halbes Portal weil es so ist weil man hab ich Angst dass was meinst du jetzt mit äh Enderman oder was Enderdragon hast du da nee dieser Block der da ist ha block block hier komm mal was wollt ihr machen äh für Zombies diesen komischen Lohnstau brauchen wir was heißt es juhu keine Ahnung oder halt du die mal eben ich geh mal auf Google Übersetter depressives aber B droger blirb ähm Okay es ist langweilig wirklich es ist jung ich ohoh soll ich irgendwas Okay. Soll ich irgendwas von diesem Zeug da unten mitnehmen? Ey, hattest du ein Feuerzeug? Ähm, ähm, nö. Warte, doch, kann sein, kann sein. Weil der geschrieben hat, dass er jetzt das Feuerzeug abnehmen will. Ich hab ne Feuerkugel, irgendwie, wenn sich das weiterbringt. Ey, wir sind so schlau, ne? Ja, so viel. Wir hätten einfach gerade auslaufen müssen. Oh. Am Start. Ich wollte mal her, ne? Warte, nein, 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 warte, warte, warte. Ähm. Mach schon mal weiter. Remember this plan? It gave you the direction shortly after you woke up. Now take these letters and climb to the top. Break the wooden plank and proceed to the dust dorm. Warum? 16 Leitern. WDF, ich kann nicht... Okay, so war ich auch, okay? Okay. Ich hab sogar noch zu viel Leitern gekriegt. Ich glaub, ich sollte den kaputt machen. Wenn nicht, tut's mir leid. Nein, das wollte ich gar nicht. Was ist das hier? Da schwebt irgendwas. Achso, hier... Sind wir jetzt wieder hier oder ist das jetzt? Moment. Tatlacher, wir sind wieder am Anfang. Toll. Aber letztes Mal mussten wir gerade ausgehen und diesmal ist links der Weg frei. Was bringt so ein gewöhnlicher Trank? Also, der ist wirkungslos. Aber was kann man aus dem Macken? Gar nichts. Doch, kann man. Aber ich hab keine Ahnung von davon. Soll ich die mal herholen? Ja, warte. Kann man irgendwas mit so einer funkelnden Melone anfangen? Wie heißen die? Geh mal rauf und sag, was da steht. Prunklende Melone. Oh. Sind die irgendwie fass? Nee, nicht, was ich wusste. Kann man die essen? Ja, klar. Ich glaube. Ich hoffe. Egal, ich fährst einfach weg, oder? Ja, lass einfach da. Soll ich die auch holen? Nee, warte, ich will aber... Ach, egal. Warte, 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 warte. Warte. Die ganzen Bücher brauchen wir nicht, oder? Mhm. Bei den Büchern war ihm, glaube ich, langweilig. Bei ihr. Ich weiß es ja nicht. Es wird ein Mysterium bleiben. Gut, frag mich, ja. Wow. Ach so. Nein, warte, warte. Ich weiß es nicht. Allein mit einem Schrein sind wir vorgegangen. Wie ist es, wenn es blau ist? Gut. Alright, listen up Everything you did so far was merrily a test If you're reading this Then that means you passed The test and crash Question Unless you're The janitor Which case I have to remind you There has been another explosion In hall 34 Right next to the bridge Don't What the fuck Forget to change the shark's water to Scheiß drauf, ich gehe weiter Kannst mich mal reinlassen Danke Achso Ja, wenn du jetzt auch hier herkommst Hier ist so eine tolle Säule der Jugend Wo einfach nichts Sollten wir hier rein Hi Ich weiß es nicht, ich komme nicht mehr raus So, jetzt Jetzt komme ich mal zurück Da ist nichts Doch, vielleicht da, wo die Packmen sind Hier oben ist Ist was Stimmt, du bist eine Truhe Eisenhanisch Und Oh man Essen Nein, du hast Essen nicht ab genug Jetzt ist Ich habe Goldrüstung Ja, alles ist besser Ego Okay Ich will mal was versuchen Ich glaube nicht, dass es klappt, aber Nein No Ich glaube das ist irgendwie nicht Leben verloren, oder? Ein bisschen Nein, so da ist nichts. Oh Gott, jetzt müssen wir vom Bett zu Bett springen wahrscheinlich. Ich denke, wir schalten. Ich gehe mal in die andere Richtung und gucke, was hier so los ist. Ob hier irgendwas voll groovier ist. Das ist wie ein Jump'n' One. Ja, fällt mir auch gerade auf. Voll toll. Wo sein Geruch kam. Hier. Oh, ähm, ja.